Die Temperaturen steigen und das Gras sprießt wieder. Es ist Zeit zum Mähen. Hier stellt sich die Frage, oder stellt sich Ihnen die Frage, welchen Anspruch an Ihren Rasen stellen Sie. Je mehr Naturwiese, umso geringer ist Daueraufwand und umso weniger müssen Sie mähen. Wenn Sie Rasen mähen, haben Sie mehrere technische Möglichkeiten. Es gibt Mäher, die Sie mit Ihrer Körperkraft betreiben, es gibt Mäher, die mit Benzin betrieben werden, aber es gibt auch Mäher, die mit Strom angetrieben sind. Bei den Strombetriebenen sind neuerdings die mit Akkuantrieb oder die Mähroboter sehr modern. Hinsichtlich des Energieverbrauchs ist zu sagen, dass die elektrischen Rasenmäher sehr effizient sind. Ein Mähroboter pflegt automatisch, Sie müssen sich um fast nichts kümmern, mit sehr wenig Energie Ihren Rasen. Wenn Sie elektrisch mähen, haben Sie außerdem die Möglichkeit, diesen Mäher mit grüner Energie zu betreiben. Wie ist das gemeint? Indem Sie zum Beispiel Strom aus einer Photovoltaikanlage verwenden oder den Ökostrom der Salzburger G. dazu verwenden. Also, wenn Sie die Temperatur auf einer Katzen-Kong-Kong-Kong-Kong-Kokong anlaufen, Sie müssen den Ökostrom deragitisten 所以 sich um als Mummuster der Regengage zu ök 니 Like. Vielen Dank.